Das ist perfekt. Ich will mich jetzt nicht selbst loben, aber das ist perfekt. Der Block wird erzeugt und direkt abgebaut. Also bei 1,5 Sekunden ist das geil. Man sieht den Block teilweise gar nicht mehr, ist das cool. Da bin ich jetzt schon fast ein bisschen baff. Das heißt, man ist schon fast ein bisschen zu gruselig, dass das so schön klappt. Okay, gut. Warum schaffen wir es jetzt? Also, ich habe jetzt nichts dagegen, dass jetzt mir Scrap ankommt, aber warum ist das so? Laufen die jetzt schon auf Hochtouren, oder? Auf die geliebten beiden? Oder habt... Ne, oder? Ne, oder? Ähm... Du willst mich doch verkohlen. Stopp, alles aus. Stopp, 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 Moment. Wirst du mich gerade verkohlen? Wirst du mich gerade verkohlen? Habe ich gerade wirklich schon den ganzen Ziel hergepumpt? Was zur Hölle? Ne, oder? Das kann doch nicht sein. Hier ist kein Tröpfchen Laber. Ne, oder? Ähm... Der Punkt ist noch fleißig. Tja, Moment. Dann machen wir hier aus. Kranker Scheiß. Ähm... Ich glaube, wir müssen kurz in unsere Schlucht schauen. Heilige. Jetzt haben wir das so lange rumgebastelt, dass die gesamte Lava hergepumpt wird. Ja, okay, der Messerricator schluckt auch wie ein Wahnsinniger. Äh, der Messerricator. Doch, das ist doch klar, der Messerricator. So ein verdammter Schluckspecht. Hat er mir alles weggesoffen? Kranker Scheiß. Äh, sorry, ich bin jetzt mal vollkommen von der Rolle. Äh, das macht mich jetzt ein bisschen fertig. Denkt man sich, boah, ja, großer Lava zieh, das wird schon ein bisschen dauern. Von wegen? Auf einmal ist alles weg. Das glaube ich nicht. Das glaube ich erst, wenn ich, wenn ich unten stehe. Und da nichts mehr drin ist. Äh, also ich bin grad vollkommen sprachlos. Das merkt man vielleicht auch grad ein bisschen. Muss nach unten schauen. Hm? Oh. Ach, nein. Ach, deswegen macht er nicht weiter. Ah, okay, deswegen macht er nicht weiter. Okay, das erklärt einiges. Okay, jetzt geht's mir besser. Ach Gott. Der hat bloß nicht weiter runterpumpen können. Ach Gott. Okay. Jetzt ist alles wieder gut. Boah, hab ich einen Schock bekommen. Oh, jetzt hab ich auch damals oben alles ausgestellt. Das muss ich mir schnell wieder anstellen. Ich muss es anstellen. Ich war unbedingt einen schöneren Durchgang hier. Ich hätte mir gleich einen durchschießen können. Na egal. Beim nächsten Mal. Wenn ich's dich vergesse. So. Jetzt mal wieder unsere Lieblingshütte stapfen. Haben wir sowieso gleich geschafft. Yay. Die Pilze wachsen hier fröhlich. Auch nicht schlecht. Jetzt kommst du hier hoch. So, wo ist es denn? Da lang muss man. Sieht man es schon? Nö. Ach. Krank. Aber trotzdem. Das schockt einen schon erstmal richtig. Ich glaub, das hättet ihr auch jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Oh, da ist Lava. Schaut mal, da ist Lava. Das war grad nicht viel, weil das ist jetzt noch die Restenergie, die in der Pumpe gesteckt hat. Deswegen machen wir das jetzt hier auch so. Und pumpen weiter leer das Ganze. Ja, das braucht jetzt natürlich eine Weile, bis es richtig anläuft. Aber. Moment mal. Jetzt noch kurz warten. Da kommt schon noch was, oder? ODR. Wir warten jetzt einfach mal eine Weile. Okay. Ach komm, da wird schon was kommen. Ah, da. Jetzt da. Da kommt was rein. Fließt da rein und fließt direkt wieder da raus. Ja, okay. Jetzt kommt hier natürlich nur Stoßweise. Naja, immer noch besser ist nichts. Meine Fresse. Hö? Ach, das waren wir mal mit Superheat. Denk mal doch grad. Ein Gasblock? Strange. Okay. Dann wird das ja auch weiter laufen. Sprich im Prinzip wie du ähm, holt sich grad hier ein bisschen das Grabzeug. Ach ne, ich hab's ja sogar draus gemacht. Also ich muss nochmal. So. Jetzt läuft's wieder richtig. Und schickt hier wieder rein. Komm, komm, komm. Schickt da ein bisschen Scrap rein. Komm, damit es wieder schneller geht. So, sehr schön. Ah, es wird schon wieder Nacht. Okay, wie schaut's denn hier aus? Hier füllt's fröhlich weiter. Oh. Ach ne, ich hab's ja gar nicht leer gefuttert. Ich hab einfach bloß nicht angestellt. Ich muss hier nochmal anstellen. So. Ähm. So. So. Tatsächlich hier aus. Eisen, Eisen könnt ihr noch brauchen. Jetzt noch ein bisschen Uran. Könnt ich auch mal mitnehmen. So. Dann packen wir das auch gleich mal in die entsprechenden Maschinchen. Bei beschaulichen Klängen. Äh. Wieder mal Sildermucke. Moment. Das kommt da rein. Das kommt da raus. Und bekommt hier einen kleinen Feinschliff. So. Okay, das ist jetzt nicht mehr so beschaulich. Alter Schwede. Moment. Schon besser. Huch. Das da hin und... Ach, das kann ich jetzt nicht da reinpacken. Na egal. Dafür kann ich jetzt das... Warum hab ich das jetzt? Egal. Das Eisen kann ich dafür jetzt da reinpacken. Und die eine brauche ich halt auch nicht mehr. Dafür kann ich auch mal kurz ins Bett gehen. Gute Nacht. So. Jetzt baue ich eigentlich nur noch... Das Zeug irgendwie in eins der... den ganzen zu stecken. Oder ich baue noch meinen eigenen Recycler dahin. Ich baue noch meinen eigenen Recycler dahin. Nee, baue ich das eigentlich nicht. Äh. Ähm. Dann habe ich es glaube ich, oder? Doch, klar. Glas hier. Das da. Das... Da. Dann kann ich das ähm... Rauspumpen. Wo ich noch ein... Dingensen... Schaut's hier aus. Ihr seid fertig. Dann packen wir das da rein. Ähm. Dann braue ich noch ein paar... Stone Transport. Ich hoffe die 12 reichen noch. Und vielleicht noch eine Iron und dann noch was zum... Drehen. Ich hoffe die Stone Transport Pipe reichen noch aus. Könnte etwas knapp werden. Weil dann schicke ich das einfach in eins von denen da rein. Ich hoffe das klappt so wie ich mir das jetzt denke. So. Und... Ähm. Also ich nehme mich das kürzeste. Also hier her. So. Ah, das ist jetzt doof. So. 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 Jetzt passt's. Mach jetzt kann ich's auch da... Ne, mach kann ich nicht. Weil da unten ist die Wunden Pipe. Da mach ich's lieber nicht zu hin. So. Jetzt wird's hier sehr abenteuerlich langsam. Meine Konstruktionen hier. Dann kann ich das nämlich jetzt hier rausschicken. Wenn das jetzt völlig weitermacht. Oh, ich mag die Konstruktion. Die funktioniert richtig gut. Und besser als meine vorherige mit dem Query und so weiter. Gut. Dann schick das jetzt da wenigstens noch da rein. Ah, dann haben wir noch mal eine Rolle Materie mit. Und ihr kriegt sogar immer wieder ein bisschen Lava. Es war kein mega Lavaschub wie vorher, aber es reicht aus. Gut. Äh, hab ich jetzt alles gemacht. Ich hab den da hin. Vielleicht mach ich noch einen später in den zweiten. Schaut ganz nett aus. Nun ist ja zumindest recht gut. Und dann packt man das wieder weg. Mensch, wie schaut's nie aus? Hab ich denn noch Ziegel gerade da? Huch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Oh. Vielleicht drei neue Diamanten. So, was schützt so. Brauch ich hier grad nicht mehr. Das war mal da hin. Uran. Das kann ich eigentlich bald nehmen und weg bringen. Ja, wir haben grad auf. Ach, komm. So, dumm, dumm, dumm. Na. Latterrack. So, noch ein zweites Iridium-Erz. So, dann könnte ich gleich. Zack. Mit dem Platten beginnen. Plattenbau. So. Quantumzeug. Stiefelchen. Iridium-Platte. So. Ach komm ey, oder? Schon ein bisschen besser, glaube ich. Ist das in die Mitte? Das da rum. Das in die Ecken. Ach, ich brauche nochmal vier Platten. Ach komm. Gib mir nochmal vier Platten. 1, 2, 3, 4. Ach ja, stimmt. Ich brauche das ja zweimal. Oh Gott. Äh. Was mache ich jetzt? Ähm. Schmarrn. Habe ich es jetzt so. Und die Ecken, das Iridium-Erz. Genau. Und jetzt brauche ich euch zwei. Und was nochmal? Leopardin-Crystal. So, doch so war das doch, oder? Diamanten zum Energiekristall machen. Und dann so zum Ding ans. Wie war das jetzt nochmal? Ähm. Schon weil er her ist, hat man am letzten Leopardin-Crystal. Achso, ich brauche Schaltkreise. Ich hält. Dann fällt mal rein. Ich brauche ich gerade nicht mehr. Zwei Schaltkreise. Ich habe gerade keinen Übergehör. Machen wir das noch so. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Mein Lieblingsspiel mit 1, 2. So. Zwei Schaltkreise. Dam dam. Läppisches Lazuli. Und hier in die Mitte. Ein läppischer Kristall. Und jetzt geht's los. Nano-Suit-Stiefel. Oder musst du es vorher komplett aufladen? Ach, ich lade es vorher noch komplett auf. So. Einmal kurz aufladen, bitte. Dankeschön. So, wie war's jetzt? Äh, den da hin. Die Gummistiefel waren da unten. Den Kristall in die Mitte. Ich glaube, die Aufladung zählt für den Kristall und nicht für... Ja, genau. Das meinte ich. Egal. Quantum-Stiefel. Ta-ta! Ey, ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal hinkriege. Ach nein, das hatte ich ganz vergessen. Ich brauche die andere Dingensen. Ah, dammit. Das hatte ich ja gerade ganz vergessen. Ich brauche die andere Speichereinheit. Ui, das wurde jetzt lustig. Das hatte ich ganz vergessen. So, euch drei packiert erstmal in den Atomreaktor. Soll ich mir kurz, zieht das wirklich gar nichts mehr ab? Doch, es sagt, dass ich Schmerz kriege, aber abziehen tut es nichts. Nochmal. Oh. Nochmal. Cool. Top. Genau deswegen wollte ich sie haben. Ähm, so geht's auf. So, noch ein bisschen eine Brandstab, so ein Brandstab, paar von denen. Wie schaut man hier drin aus? Ganz gut. Setting passt. Essen könnte ich mal. Ich habe kein Essen dabei. Stimmt, ich habe mein Fleisch vorhin aufgebraucht. Whee, flying away. Apropos Essen, wir müssen den Bauernhof dann mal wieder machen. Da hinten. Oh. So, und eigentlich, apropos Essen, müsste ich auch mal wieder eine Aufnahmepause machen. Apropos Essen, erstmal Essen holen. Könnte eigentlich eine Runde Chicken mitnehmen oder ein bisschen Brot. Erstmal nur ein bisschen Brot. Mampf, mampf, mampf. Ach, dann würde ich sagen, mache ich hier jetzt eine kleine Aufnahmepause. Wohin schauen wir? Ist doch im Prinzip wurs. Schauen wir unsere Hundis an. Na, Hundis. In dem Sinne, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.